Hallo ihr Lieben und da bin ich wieder und heute wollen wir wieder eine 3D-Figur machen und diesmal soll es ein kleiner Drache werden. Wir beginnen mit folgenden Teilen. Wir nehmen erstmal ein paar kleine Stücke und zwar diese hier wollen wir nun die einzelne Perle auf dieses Stück bringen also nehmt euch jetzt diesen kleinen Streifen macht ein wenig Leim auf eine Perle und befestigt darauf die einzelne Perle. Überschüssigen Leim entfernt ihr gleich wieder das gleiche macht ihr jetzt nochmal und die Perle darauf Leim wieder weg Jetzt habt ihr die beiden Stücke. Das sollen dann unsere beiden Hörner sein. Legt diese beiseite. Jetzt braucht ihr diese Teile. Vier von denen und noch zwei von denen. Jetzt wollen wir immer zwei von den Streifen aufeinandersetzen und zwar so dass immer zwei Perlen aufeinander liegen. Das macht ihr jetzt. Zwei Perlen bekommen Leim Das sind dann unsere ersten Stücke für die Flügel. Nun setzt ihr hier unten eine einzelne Perle ran. Denkt wieder an den Leim Denkt wieder an den Leim Denkt wieder an den Leim Und das ganze noch einmal. Nur diesmal andersrum. Also zuerst normal wieder den Streifen Leifen hier rauf Gut andrücken Leim gleich wieder weg So Jetzt legt ihr das Stück so rum Und jetzt kommt hier unten die einzelne Perle drauf Also drehen Drehen es kurz um es besser zu kleben Und darauf Jetzt habt ihr zwei solche Stücke Die kommen jetzt auch erstmal beiseite Jetzt geht es weiter Ihr benötigt nun folgende Teile Zwei Zwei Drei Drei Vier Und fünf In der Reihenfolge In der Reihenfolge In der Reihenfolge werden nun alle miteinander verklebt Zuerst soll dieses Stück auf diese Platte Die bringt ihr so darauf dass sie hinten bündig ist Dann wird es jetzt also die Platte bekleben Und so darauf bringt dass sie hinten bündig anliegt Jetzt das Stück auf das Stück Das liegt auch wieder bündig aufeinander Also alles bekleben Und bündig darauf Jetzt werdet ihr das Stück herumdrehen Und das nehmen Und in die Mitte setzen So dass es vorn bündig ist Alles bekleben Und vorn mit der Nase bündig Jetzt dreht ihr das wieder rum Nehmt Nehmt das Stück Und Bringt es auch so darauf dass es wieder Bündig mit den Augen ist Rechts und links Beklebt Beklebt die Platte außer die gelben Perlen Und bündig mit den Augen Bündig mit den Augen Jetzt habt ihr dieses Stück Nun Nehmt ihr euch die ersten Teile die ihr geklebt habt Diese beiden Und die sollen jetzt auf den Kopf Und zwar hinten rechts und links So sollen sie angebracht werden So macht ihr jetzt hier Leim Auf zwei Perlen Und setzt dieses Stück darauf Das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite Wieder auf zwei Perlen Und darauf Und darauf Somit habt ihr Den Kopf erstmal fertig Legt den beiseite Jetzt folgen Die nächsten Teile Wir nehmen zuerst diese beiden Hier soll nun dieses Stück auf dieses Und zwar so dass es frumm Bündig anliegt Nun müssen wir schauen was hinten noch darauf liegt Ihr werdet jetzt hier alles bekleben Und von diesen Streifen Die beiden Perlen So ganz außen die drei Perlen die lasst ihr Nur zwei So Und Nun das Stück Vorn bündig Darauf Und dann alles gut Andrücken So Wenn ihr das habt Nehmt ihr euch die nächsten Teile Das sind noch einmal Zwei von diesen Streifen Und diese sollen jetzt So Darauf gebracht werden In die Mitte Von den großen Streifen Also Bringt ihr jetzt Leim auf die mittlersten drei Perlen Von diesen Streifen Und das Stück darauf Drückt es gut fest Leim gleich wieder weg Und das gleiche jetzt mit der anderen Seite Auch die mittleren drei Perlen Und Den Streifen darauf Und wieder richtig andrücken So Wenn das gemacht ist Folgen die nächsten beiden Teile Das wären jetzt diese beiden Hier kommt nun das Stück auf dieses Und zwar auch wieder so Dass es vorn bündig anliegt Und darauf soll dann Dieses Stück gebracht werden Also Das Stück Nun auf diese Platte Alles bekleben Außer Diese äußere Perle Die schaut Darüber Darüber Und darauf Richtig andrücken Und hier rauf folgt nun das Stück Hierfür auch wieder schauen Das liegt alles drauf Außer Die ganz äußerste Perle So Den Rest alles bekleben So das ist vorn wieder Bündig Aufliegt Und Andrücken Nun folgen die nächsten Teile Das wären jetzt die beiden Hier Kommt jetzt dieses Stück auch So darauf Dass es vorn Bündig ist Schaut jetzt wieder Was ihr nicht Bekleben müsst Einmal haben wir Die eine Eckperle Und hier in der Mitte Die zwei Perlen Und nun alles Fest drücken Ihr könnt es dann auch Herumdrehen Nochmal besser zu schauen So Und hier rauf Kommt jetzt Euer anderes Geklebtes Stück Und das Setzt ihr jetzt so darauf Dass es vorn Eine Reihe darüber schaut 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 jetzt wieder Was ihr Bekleben müsst Ihr beklebt nun hier Alles Außer Das Hautfarben Also vorn Die vordersten drei Perlen Die Braucht ihr nicht Bekleben Und jetzt Darauf bringen Nun Sollte euer Stück so ausschauen Jetzt Folgen die letzten Teile für ganz unten Dreht das Stück jetzt herum Dann habt ihr noch So ein Stück Und das Soll jetzt Hinten Darauf Unten Hinten So darauf Dass es um Eins Rausschaut Ihr werdet also jetzt Diesen Dieses Stück Dreimal drei Perlen Und die einzelne Bekleben Und Drückt dieses Stück Darauf Drückt es richtig fest Wieder herumdrehen Noch zwei Teile Ihr habt nun Zwei Von diesen gelben Und die Sollen nun Vorn dran Und zwar so Dass ihr immer So einen Würfel habt Und zwei gelbe Perlen schauen wieder Darüber Also Den Würfel bekleben Und auch nur einen gelben Würfel Darauf bringen Und herumdrehen So Schaut Eure Stück Jetzt aus Jetzt Nehmt ihr Euch Erst einmal Noch Die anderen Einzelnen Teile Diese Stücke Die Ihr Schon geklebt habt Und Die sollen nun Hier hinten Unten Angebracht werden Und zwar Auch wieder so Dass zwei Perlen Beklebt werden Also Macht wieder auf zwei Perlen Leim Und Setzt Euer Stück darauf Und Jedoch sehr gut Andrücken Und Leim Gleich wieder weg Und das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite Und darauf Und darauf Und Leim wieder weg Und So Und Somit hätten wir unsere Flügel auch dran Und Und Jetzt Noch Das allerletzte Und zwar den Kopf Und Dann hätten wir es auch schon geschafft Der Kopf Liegt so darauf Auf Das ist Von Huch Von Von Drei Reihen Darüber schaut Oder Drei Perlen Der heißt Liegt alles auf Ihr werdet also So Das hintere Stück Unten am Kopf Bekleben Und So Nun Den Körper darauf setzen Gut festdrücken Und Schon Ist Euer Kleiner Drache Fertig So Schaut er aus Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten Und wir sehen uns im nächsten Video Tschüss so so Until